Was musst du unbedingt wissen, bevor du mit der Arbeit als Model anfängst? Die meisten Punkte wissen angehende Models nämlich nicht und sind dann etwas schockiert, wenn sie als Model starten wollen. Eine Modelagentur ist nicht dein Personal Manager, das heißt, sie werden auch nicht super viel Zeit haben, um dich als Model aufzubauen. Die wenigsten Agenturen werden dir außerdem mitteilen, wie du als Model wirklich bei Kunden überzeugst. Das ist eine Sache, die musst du selbst herausfinden. Und sie sind auch nicht für deine Finanzen zuständig. Das heißt, du musst dich als Model selbst darum kümmern, dass du gut versichert bist, dass du Geld für deine Steuern zur Seite legst und du grundsätzlich gut mit deinen Finanzen umgehen kannst.